Ja, hallo Leute, heute mal mit einem Web-Tipp. Und zwar möchte ich euch die Seite uploadrobots.com vorstellen. Ja, die Seite ist ein File-Sharing-Dienst, also eine Seite, wo ihr Dateien hochladen könnt und anderen zum Download zur Verfügung stellen könnt. Ja, natürlich ist dieser Dienst kostenlos, ihr müsst euch jeglich einen kleinen Account erstellen und dann könnt ihr auch schon loslegen. Ich habe natürlich schon einen Account und als erstes, was ich jetzt mache, ist einfach hier oben auf My Files klicken. Das ist nämlich der Ort, wo ihr sozusagen eure ganzen Dateien managt, also euch den Download-Link holt, Dateien löscht oder auch anschaut. Um jetzt eine Datei hochzuladen, klickt ihr einfach hier oben auf Choose File to Upload, wählt dann hier einfach eure Datei aus und dann wird die auch schon hochgeladen. Hier an dieser kleinen HTML5-Animation seht ihr dann, wie weit der Fortschritt ist. So, jetzt ist die Datei auch schon hochgeladen, die wird mir jetzt hier auch schon angezeigt. Also ich habe hier als erstes den Dateinamen, die Größe und die Datei Art. Wenn ich jetzt hier die Datei anklicke, bekomme ich hier so eine größere Übersicht, wo mir dann hier als erstes, in diesem Fall, das Bild angezeigt wird. Wenn es jetzt eine Audio-Datei ist, kann ich mir die Audio-Datei anhören oder wenn es ein Film ist, kann ich mir den Film anschauen. Hier an der Seite habe ich dann nochmal die ganzen Informationen und auch den Download-Link, also den kann ich dann kopieren und dem dann schicken, der dann die Datei herunterladen kann. Und ich kann mir natürlich hier die Datei auch selber herunterladen. Ja, das war es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen zu diesem Dienst. Ich finde es sehr praktisch, vor allen Dingen ist die Webseite auch gegenüber anderen Upload-Diensten, wie zum Beispiel RapidJair oder Mega-Upload, viel sicherer in Sachen Viren und auch irgendwie angenehmer zu benutzen. Ja, ich hoffe, euch hat mein Web-Tipp gefallen und das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.